Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Reflex Rhetorik Verkaufstraining to go. Mein Name ist Thomas Bottin und ich habe dir heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Es geht um die Frage, wie du in der Kalterquise, vornehmlich in der telefonischen Kalterquise, die Wirksamkeit deiner Interessewecke, deiner Aufhänger verbessern kannst. Und ich habe mir heute mal die sogenannten Standard Interessewecker Aufhänger vorgeknöpft und ich nenne die immer 0815 Interessewecker. Und ich habe dir sechs Ideen mitgebracht, wie man die so ein bisschen pimpen kann, damit man vielleicht öfter durchkommt und dann entsprechend auch mit dem Entscheider ins Eingemachte gehen kann. Und du weißt, Aufmerksamkeit ist die Währungseinheit in der Akquise. Ohne die Aufmerksamkeit deines Kunden ist deine Erstansprache zum Scheitern verurteilt. Du kommst eigentlich gar nicht weiter als bis zum ersten Einwand KI, KZ, KG, kein Interesse, kein Zeit, kein Geld, haben wir schon. Und deswegen haben sogenannte Aufhänger und Interessenwecker eine enorme Bedeutung für den Erfolg von deiner Neukundengewindung, weil sie entscheiden darüber, ob du die Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners gewinnst oder eben nicht. Und in der Informatik kennt man das sogenannte GIGO-Prinzip und es bedeutet Garbage in, Garbage out. Übersetzt heißt das, wenn du Müll reinpackst, dann kommt auch Müll raus. Und das Gleiche gilt auch bei der Erstansprache, gilt auch bei der Akquise, also nicht nur in der Informatik. Wenn du einen gedankenlosen und egozentrierten 0815-Aufhänger in die Akquise reinpackst, dann blitzt du eben bei deinen potenziellen Kunden eiskalt ab. Du wirst da abgestraft und individuelle, clevere und kundenzentrierte Aufhänger haben dagegen natürlich eine viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Deswegen macht es schon Sinn, die beiden Lager zu unterscheiden, individuelle Aufhänger und Standardaufhänger. Und wir kümmern uns heute mal zuerst um das Pimpen von diesen Standardaufhänger. Prinzipiell gilt aber, wenn du so eine 0815-Aufhänger benutzt, dann brauchst du schon ein dickes Fell, weil du halt viel mit Frustration zu tun bekommst. 0815-Aufhänger, vielleicht um das am Anfang klarzustellen, erkennst du daran, dass sie einen sehr geringen aktuellen oder individuellen Bezug zu deinem angerufenen Kunden haben. Der große Vorteil, klar, bei diesen 0815-Aufhängern ist, dass du sie einmal formulierst und dann kannst du sie bei jedem Akquisegespräch benutzen. Aber egal, wie du sie formulierst, sie bleiben halt Massenware. Wie hört sich jetzt so ein 0815-Aufhänger an? Trocken ist ja alle Theorie, sodass du dir mal ein Bild davon machen kannst. Ich will dir mal ein Beispiel nennen, was ich mir ausgedacht habe. Geht dabei um, ja, du verkaufst Kaffee und da würde ich jetzt so ein 0815-Ungepimpter-Standardaufhänger. Hört sich so an. Hallo Herr Entscheider, mein Name ist Johnny Sixpack von der Firma DranDraufDrüber. Wir sind spezialisiert auf individuelle Kaffeekonzepte und ich würde gerne mal bei Ihnen unser Kaffeekonzept vorstellen. Wann passt es Ihnen denn? Und das ist so ein richtig schöner, normaler Standardaufhänger, wie er wahrscheinlich tatsächlich oft draußen in der Praxis vorkommt. Und ich sage ja auch nicht, dass so eine 0815-Aufhänger nicht auch Akquiseerfolg bewirken können. Ich sage nur, dass es eben individuellere, wirksamere Methoden gibt. Der große Vorteil bei diesen 0815-Aufhängern ist eben einfach, dass du sehr wenig Vorbereitungszeit brauchst. Also wirklich, meine Idee dabei, wenn du wirklich sehr, sehr, sehr viele potenzielle Kunden hast, dann können 0815-Aufhänger durchaus eine Option für dich sein. Und wenn du allerdings auf der anderen Seite vielleicht Key-Accounter bist, in einem Marktsegment, wo du halt eine überschaubare Menge an Neukunden ansprechen kannst, dann würde ich dir schon raten, ein bisschen mehr Zeit in individuelle Aufhänger zu stecken. Wir können ja mal am Ende des Beitrags so eine Idee entwickeln, wie sich sowas anhören kann. Lass uns jetzt ja mal am Anfang erstmal drauf schauen, wie du jetzt so einen 0815-Aufhänger pimpen kannst, damit er nicht ganz so platt rüberkommt. Und wir hören uns hier nochmal an, damit du so ein bisschen nochmal in Gedanken im Boot bist. Und dann würde ich dir mal sechs Tipps geben wollen, wie man an so einem Standardaufhänger rumschrauben kann, damit er mehr Wirksamkeit hat. Also ich hatte gesagt, hallo Herr Entscheider, mein Name ist Johnny Sixpack von der Firma DranDraufDrüber. Wir sind spezialisiert auf individuelle Kaffeekonzepte und ich würde gerne mal unser Kaffeekonzept bei Ihnen vorstellen. Wann passt es denn einmal? Und das Erste, was ich verändern würde, ist tatsächlich, dass ich nicht sage, auf was ich spezialisiert bin, sondern ich sage, auf wen ich spezialisiert bin. Ich bin also nicht auf individuelle Kaffeekonzepte spezialisiert, sondern vielleicht auf Bäckereien. Da würde ich dann eher sagen, hallo Herr Entscheider, mein Name ist Johnny Sixpack von der Firma DranDraufDrüber. Wir arbeiten mit vielen Bäckereien zusammen und unterstützen sie dabei, mit frischen Kaffeekonzepten mehr Umsatz zu machen. Das wäre so der erste Perspektivwechsel, den ich empfehlen würde. Und dann würde ich dir empfehlen, im zweiten Step deine Vorteile so konkret wie möglich rüber zu bringen. Das heißt, dass du danach vielleicht sagst, ganz konkret sprechen wir über 10% Umsatzsteigerung im Jahr bei ihrem Kaffeeausschank. Das ist zumindest das, was wir durchschnittlich mit unseren neuen Partnern erreichen können. Jetzt sind diese 10% habe ich mir jetzt ausgedacht. Das muss natürlich etwas sein, was du auch beweisen kannst. Also wenn du um die Ecke kommst und sagst, ja wir bieten Ihnen 50% Umsatzsteigerung an, dann ist das schon wieder ein Ausschlusskriterium, weil du machst dich damit unglaubwürdig. Also behaupte hier nie etwas, was du nicht auch beweisen kannst, aber sei so konkret wie möglich, weil dadurch steigerst du natürlich das Interesse deines Gegenübers. Den dritten Tipp, den ich an jemanden richten würde, der mit so einem Aufhänger arbeitet, ist, ich würde typische Einwände integrieren. Ich würde sie vorwegnehmen. Zum Beispiel wäre das ein typischer Einwand, dass er schon mit irgendjemandem zusammenarbeitet. Dann würde ich vielleicht sagen, allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass sie bereits einen Partner an Bord haben, klar. Und ehrlich gesagt, eignen sich unsere Ideen jetzt auch nicht für jede Bäckerei. Was du damit gemacht hast, ist, du machst dich ein bisschen interessanter, du setzt voraus, dass er natürlich schon in dem Bereich unterwegs ist und das lässt sich einfach viel professioneller rüberkommen. Und der vierte Tipp bei der Optimierung liegt darin, nicht direkt in die Terminfrage einzusteigen, so wie wir das vielleicht noch vor 15 Jahren gemacht haben hier. Deswegen heißt die Firma auch dran, drauf drüber. Also normalerweise kriegst du eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit aus diesen Gesprächen heraus, wenn du stattdessen in die Bedarfsermittlung überleitest. Also sei nicht so wie der Stier, der immer aufs rote Tuch zuläuft, sondern leite das Gespräch ganz gekonnt auf die Bedarfsanalyse über. Aber, und das machst du mit der Frage, das habe ich jetzt viel mehr erzählt, als die Frage tatsächlich an Worten umfasst, die Frage heißt, darf ich Ihnen deswegen mal eine Frage stellen. So, und wenn du jetzt die Erlaubnis bekommst, eine Frage zu stellen, bist du in der Bedarfsanalyse. Und das ist schon mal viel, viel weiter, als viele kommen. Und damit ist der Zweck des Interesseweckers oder des Aufhängers ja zu 100% erfüllt. Und wenn wir die drei Dinge jetzt mal, die vier Tipps jetzt mal zusammenfassen, dann kriegen wir einen Aufhänger raus, der jetzt vielleicht ein bisschen länger ist, aber das kann durchaus funktionieren. Hallo Herr Entscheider, mein Name ist Johnny Sixpack von der Firma dran, drauf drüber. Wir arbeiten mit vielen Bäckereien zusammen und unterstützen sie dabei, mit frischen Kaffeekonzepten mehr Umsatz zu machen. Und ganz konkret sprechen wir über 10% Umsatzsteigerung im Jahr beim Kaffeeaufstand. Das ist zumindest das, was wir bisher mit unseren jetzigen Partnern erreicht haben. Allerdings kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass sie bereits einen Partner an Bord haben. Und ehrlich gesagt, eignen sich jetzt unsere Ideen auch nicht für jede Bäckerei. Darf ich Ihnen deswegen mal eine Frage stellen? Und das ist jetzt der Aufhänger, der hört sich ja schon mal ganz gut an. Und der fünfte Tipp ist dann auch gleich, experimentiere mit dem Faktor Interaktion. Du hast jetzt gemerkt, ich habe den ganzen Aufhänger an einem Stück rübergebracht. Vielleicht hast du jetzt den Eindruck, dass dieser Aufhänger für dich zu lang ist. Vielleicht möchtest du auch schneller auf den Punkt kommen, auf den Kunden überleiten. Und ich kann dich da an der Stelle erstmal beruhigen. Also prinzipiell ist der Aufhänger nicht zu lang. Und ich habe tatsächlich in der Praxis schon mit erheblich längeren Aufhängern Erfolg gehabt. Aber das musst du für dich selber entscheiden. Du musst dich damit wohlfühlen, mit deinen Sprechst. Und deswegen, ja, experimentiere ruhig mit deinen Aufhängern und mit dem Faktor Interaktion. Du kannst ja auch mal zum Beispiel die Reihenfolge umstellen. Da könntest du zum Beispiel sagen, hallo Herr Entscheider, mein Name ist Johnny Sixpack von der Firma DranDraufRüber. Wir arbeiten mit vielen Bäckereien zusammen und unterstützen sie dabei, mit frischen Kaffeekonzepten mehr Umsatz zu machen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass sie diesbezüglich natürlich schon Partner an Bord haben. Und unsere Ideen sind natürlich auch nicht für jede Bäckerei umsetzbar. Darf ich Ihnen deswegen mal eine Frage stellen? Und dann sagt der, ja, jetzt bist du viel früher in der Bedarfsanalyse, jetzt kannst du die konkrete Umsatzsteigerung noch anfügen. Könntest du zum Beispiel sagen, ganz konkret sprechen wir über 10% Umsatzsteigerung im Jahr, was ihren Kaffeeauschrank betrifft. Und das ist zumindest das, was wir durchschnittlich mit unseren neuen Partnerbäckereien erreichen. Sind Sie denn prinzipiell an den Möglichkeiten interessiert, mal auf anderen Wegen vielleicht am Umsatz ein Stück weit zu schrauben? Und das ist schon das Herausarbeiten eines Kaufsignals, weil, wenn er jetzt ja sagt, dann ist das ja schon mal ein Signal dafür, dass es sich lohnt, sich einmal zusammenzusetzen. Der Tipp 6 ist, experimentieren mit deinen Sprechs. Experimentieren ist ein wichtiger Baustein für deinen Erfolg bei der Neukundenerquise. Und Hemingway hat ja bereits festgestellt, ich glaube, das war Hemingway, ich bin mir gar nicht sicher, ich müsste das nochmal googeln. Naja, irgendjemand hat festgestellt, es könnte Hemingway gewesen sein, der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen Wort ist wie der Unterschied zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. Und deswegen macht jeder Marketing-Experte, bevor die irgendwelche Marketing-Aktionen machen, die testen ihre Sprechs, die testen ihre Anzeigen. Wenn die also bei Google Anzeigen schalten, dann entwerfen die mehrere Texte und schicken die gegeneinander ins Rennen und gucken dann, welcher Anzeigetext mehr Klicks kriegt. Und das ist dann scheinbar der bessere Anzeigentext. Und ich glaube, das Prinzip ist wunderbar, das solltest du direkt für deine Akquise übernehmen. Entwickel einfach zwei, drei Varianten von deinem Aufhänger und lass die gegeneinander antreten. Du könntest zum Beispiel dann formulieren, als Variante für deinen Aufhänger, hallo Herr Entscheider, mein Name ist Johnny Sixpack von der Firma, dran drauf drüber, darf ich Ihnen gleich sagen, worum es geht. Dann sagt er, ja, wir haben mit einem neuen Kaffeekonzept bei einigen Bäckereien in ihrer Umgebung einen Umsatzplus im Kaffeeausstand im ersten Jahr von 10% realisieren können. Und ich würde Ihnen gerne mal zeigen, wie wir das gemacht haben, wie wir dabei vorgegangen sind, allerdings nur, wenn das grundsätzlich für Sie Sinn macht und wenn Sie offen sind für neue Ideen. Sind Sie denn grundsätzlich offen für neue Ideen? Und da hast du jetzt eine Variante von dem Aufhänger, wo die Dinge mit drin sind, wo du ein bisschen mehr Interaktion hast. Das heißt aber nicht, dass der besser ist. Die Frage, ob ein Aufhänger, ein Interessewecker besser ist als ein anderer, wo entscheidet sich das denn? Das entscheidet sich beim Kunden. Und da musst du ein bisschen experimentieren, das heißt nicht nach ein, zwei Gesprächen hast du da schon ein Gefühl entwickelt, da musst du ein bisschen mehr raushauen. Aber dann bist du relativ schnell in der Lage zu sagen, was im Moment, ist ja auch eine Standpunktaufnahme, was im Moment gut funktioniert. Das heißt, sich hinzusetzen, diese Tipps, die ich dir jetzt gegeben habe, in den Aufhänger zu integrieren und dann zu testen, ist, denke ich, aus meiner Erfahrung der Schlüssel, um aus der Akquise das Mögliche noch rauszuholen. Eine Akquise, kalte Akquise am Telefon ist nicht tot. Sie ist vielleicht nicht mehr so effektiv wie vor 30 Jahren. Aber wenn du das gut machst, hast du damit immer noch einen tollen Zugangsweg zu neuen Kunden. Und jetzt habe ich noch einen letzten Tipp, einen siebten Tipp quasi. Ich habe zwar gesagt, ich habe nur sechs Tipps mit, aber wie sich das gehört, haue ich nochmal einen rauf. Und ich würde sagen, der siebte Tipp geht in die Richtung, kultiviere die richtigen Rhetorikreflexe in der Einwandbehandlung. Jetzt haben wir ja ein paar Ideen zusammengetragen, wie du deine 0815-Aufhänger pimpen kannst. Aber egal, wie gut du an deinen Wörtern gefeilt hast, es wird immer Kunden geben, die mit Einwänden kontern. Deswegen ist eine professionelle Einwandbehandlung bei der Akquise immer Pflicht. Und ich schlage dir deshalb vor, mit Szenarien zu arbeiten, also ganze Dialoge zu entwerfen, weil das einfach deine Schlagfertigkeit schärft. Und ich will dir mal so ein paar Beispiele geben, was ich damit meine. Stell dir vor, ich steige jetzt wieder ein. Wir haben mit unserem Kaffeekonzept bei einigen Bäckereien in ihrer Umgebung Umsatz plus von 10% gemacht im Kaffeeausschrank. Und ich wäre bereit, ihnen zu zeigen, wie wir dabei vorgegangen sind. Allerdings tatsächlich nur, wenn sie grundsätzlich offen sind für solche Ideen. Sind sie denn grundsätzlich offen für solche Ideen? Und jetzt kommt der Punkt, wo du am Schreibtisch entscheiden musst, welche typischen Reaktionsmöglichkeiten hätte jetzt der Kunde. Und eine typische Reaktionsmöglichkeit, wenn du das nicht schon eingebaut hättest in deinen Aufhänger, wäre es natürlich, dass er um die Ecke kommt und sagt, er ist schon versorgt. Er hat bereits jemanden. Er würde vielleicht sagen, ja klar, ich bin schon offen für neue Ideen, aber ganz ehrlich, wir sind gut versorgt. Wir haben natürlich bereits unseren Kaffeelieferanten. Und jetzt musst du deine Hausaufgaben gemacht haben. Also wenn du dich jetzt überraschen lässt von dem Einwand, dann weißt du, du hast noch nicht wirklich akribisch zu Ende gearbeitet. Das musst du vorher formulieren. Du könntest zum Beispiel sagen, das überrascht mich überhaupt gar nicht, dass sie schon jemanden haben. Ganz im Gegenteil, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass sie da schon jemanden mit im Boot haben. Welche Verpflichtungen haben sie denn gegenüber ihrem jetzigen Lieferanten? Und das ist so eine typische Joker-Frage und in Kombination mit der Rapportechnik etwas, was gut funktioniert. Und Szenario-Technik geht jetzt aber noch einen Schritt weiter. Wie könnte der jetzt antworten und wie antwortest du wieder darauf? Und wenn du das öfter machst, dann schärfst du deine Schlagfertigkeitsreflexe. Und experimentiere auch nicht nur mit einem Weg, mit einem Szenario, sondern überleg dir verschiedene Szenarios. Das zahlt also wirklich darauf ein, dass du deine Schlagfertigkeit auf ein Top-Niveau bringst. Du könntest zum Beispiel sagen, als zweite Szenario-Idee könntest du sagen, natürlich, klar, haben sie Verträge mit Lieferanten. Das ist ja ganz logisch, aber in unserem Treffen geht es gar nicht um Verträge, sondern es geht ja in erster Linie um neue Ansätze und ja, um den Austausch von Erfahrungswerten. Meine Erfahrung ist prinzipiell, jeder Vertrag ist so gut, solange alle Seiten davon wirklich maximal profitieren. Und deswegen muss man allerdings auch immer ein Auge offen halten, ob es nicht noch neue Ansätze gibt. Lassen Sie uns doch einfach mal gucken, lassen Sie uns prüfen. Wir legen unsere Terminkalender einfach mal nebeneinander und schauen mal, wann es in der nächsten Woche für beide gut passt. Was spricht dagegen? Einfach mal zu testen. Das wäre so ein zweiter Ansatz für so ein Szenario. Dann müsstest du dir überlegen, was könnte der Kunde jetzt sagen? Und auch darauf musst du wieder eine Antwort formulieren. Und ich gebe dir Brief und Siegel. Ich mache das jetzt echt schon eine Zeit lang. Wenn du das wirklich durcharbeitest, das ist ein bisschen, es ist halt Fleißarbeit, deswegen macht es nicht jeder. Aber du bist ja, du bist dann Teflon. Es bleibt an dir nichts hängen. Also es gibt keinen Dialog, den du nicht noch irgendwo zu Ende führen könntest. Das heißt nicht, dass du überall Erfolg hast, das heißt aber, dass du deine Erfolgswahrscheinlichkeit nach oben treibst. Prinzipiell am Ende von dieser Podcast-Folge muss ich tatsächlich auch nochmal das aufnehmen, was ich oben gesagt habe. 0815-Aufhänger bleiben eben Massenware. Ich glaube, man kann schon mit der richtigen Rhetorik eine Menge aus diesen Standardaufhängern rausholen. Aber ganz ehrlich, sie bleiben halt immer echt Massenware und damit nicht unmittelbar erste Wahl. Und das ist auch der Grund, warum ich die intern bei mir immer 0815-Aufhänger nenne. Das ist ja jetzt keine wertschätzende Beschreibung einer Rhetorik-Technik. Einfach aus dem Grund, weil sie eben überhaupt gar nicht individuell auf jemanden einzahlen, auf den Kunden einzahlen. Wenn du die maximale Erfolgswahrscheinlichkeit aus deiner Akquise heraus holen willst, dann macht es tatsächlich Sinn, deine Aufhänger zu individualisieren. Und in unserem Beispiel, wenn wir die Idee mal weiter fortführen, dann wäre es natürlich erheblich wirkungsvoller für die Aufmerksamkeit zu Beginn des Gespräches, wenn ich nicht völlig kalt anrufen würde, sondern wenn ich schon vorab Informationen hätte, mit denen ich punkten könnte. Was spricht dagegen, zum Beispiel in so eine Filiale zu gehen und einfach mal zu gucken, was da an Wettbewerbern rumläuft und mit ein bisschen Geschick kommst du vielleicht sogar mit dem Filialeiter da ins Gespräch. Und das kannst du nutzen für deinen Aufhänger. Und ich nenne diese Art von Aufhänger Insider-Aufhänger, weil du mit Informationen um die Ecke kommst, die man erstmal recherchieren muss. Und dann würde sich sowas so anhören, dass ich sage, Hallo Herr Entscheider, mein Name ist Johnny Sixpack von der Firma Dran drauf drüber. Ich habe gestern mit Herrn Spoiler aus ihrer Filiale in Spardorf gesprochen und sie schenken ja zur Zeit Kaffee der Marke Schwarz und Bitter aus, richtig? Ja, sagt er dann, ne? Ich weiß nicht, ob Sie schon wussten, aber wir arbeiten ja bereits mit einigen Bäckereien in ihrer Umgebung zusammen und einige haben vorher natürlich auch Schwarz und Bitter ausgeschenkt. Wir konnten allerdings mit diesen Filialen im Schnitt 10% Umsatzwachstum bereits im ersten Jahr realisieren und Herr Spoiler meinte, Mensch, das wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir uns diesbezüglich einfach mal zusammensetzen und ich Ihnen so ein bisschen erkläre, wie wir da vorgegangen sind. Was halten Sie davon? Dieser Aufhänger ist viel näher am Kunden dran und damit natürlich auch gleichzeitig erheblich wirkungsvoller und du kannst davon ausgehen, dass die Masse der Akquisiteure da draußen eher mit 0815 Aufhängern arbeiten. Wenn du dich also von der Masse abheben willst, dann ist es zum einen natürlich gut, deine Standardaufhänger wirklich so gut zu formulieren, dass sie außergewöhnlich gut sind. Vielleicht ist es aber auch eine sehr gute Idee, ein Stück weit mehr Zeit zu investieren in die Informationsgewinnung über deine Kunden und das dann zu nutzen, um ganz individuelle Aufhänger und Interessenwecker zu generieren. Und das ist auch das Thema der nächsten Folge, da will ich dir mal so ein bisschen die Idee näher bringen, wie du ein Akquise-Intelligenzsystem aufbauen kannst, wie du mit Trigger-Events deine Akquise optimieren kannst. Ganz spannendes Thema. Aber ich will nicht zu viel verraten, hör es dir einfach an. Wenn du sagst, Mensch, das fand ich heute gut, das hat mich weitergebracht, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes sehr freuen. Einige haben das ja schon gemacht. Ich wurde neulich gefragt, wie das denn geht eigentlich zu bewerten. Und stimmt, das ist so ein bisschen tricky. Wenn du das jetzt auf dem Telefon hörst, kannst du jetzt nicht einfach irgendwo auf diesen Podcast tippen und kannst das bewerten. Du musst, das ist zumindest meine Erfahrung, du musst dann in dieser App, in der Podcast-App unten auf Suchen gehen, musst den Namen Reflex-Rhetorik eintragen. Dann wird mein Podcast gefunden, wenn du dann bei den Suchergebnissen auf meinen Podcast tippst. Dann hast du plötzlich die Möglichkeit, den zu bewerten. Oder du machst das ganz normal über iTunes, das Programm. Da hast du, wenn du den Podcast aufrufst, links die Möglichkeit, eben auf Bewerten zu gehen und kannst dann entsprechend Sterne vergeben. Oder was noch besser funktioniert, ist, wenn du so einen kleinen Text reinschreibst, weil das ist ein Signal für iTunes, dass du dich mit dem Podcast auseinandersetzt und das bewertet dann deine Bewertung nochmal höher. Also iTunes guckt immer so, wie ist denn die Interaktion da. Wenn da keine Interaktion ist, dann denkt iTunes, oh, der Podcast, der ist Mist und rankt den auch relativ schlecht. Und das wäre sehr schade, weil ich glaube, die Informationen sind doch schon so, dass man sagt, okay, man kann sich das mal anhören. Deswegen nicht nur hören, auch bewerten. In diesem Sinne, alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.